Arig und seine Gefährten kämpfen sich immer noch durch das Söldnerlager an den Kräkhold-Klippen und so langsam kriegen sie den Bogen raus. So, rastet mal. Halt! So geht das. Gut. Ich höre Leute durch die Gegend laufen. Das gefällt mir nicht. Und die Karte wackelt. Ich bleibe dabei. Oh, mit mal. Hier. Ach, hier kämpft jemand. Uralter Todeswächter. Ah. Okay. Trotzdem erstmal vorsichtig schleichen. Was ist da? Kiste mit Vorräten? Nee. Trank von Lenkrads verlegt im Bild. Habe ich sowas schon mal? Genau da. Tausend Kupfer und zwei Tar und Ratara. Da ist der nächste. Ein seltener Schütze. Die Frage ist wieder, wie viele da stehen. Ah. Zwei Berserker schon wieder. Da unten sind Pilze. Verbrannte Dame, oder? Jawohl. Wie viele stehen da am Lagerfeuer? Drei mindestens mal. Seltener Sergeant. Hm. Oh. Das sind mindestens vier. Oh, oh, oh. Fünf und sechs. Das ist wieder eine riesen Gruppe. Na gut. Das kann klappen. Was ist das hier? Pilzchen. Blutmoos. Kein Pilz. Ja, ich muss die aus dem Weg räumen da unten. Das hilft ja alles nichts. Aber ich muss ein bisschen woanders kämpfen. Kommt mal bitte alle hierher. Und dann geht Durant in die Ecke. Alo daneben. Dann hätte ich gerne Zagani da hinten. Itumak bleibt da vorne. Eder steht da. Palygina steht da. Das ist Ariks Platz. Ich stelle mal eine Falle. Ich glaube, bei so vielen werde ich jetzt auch wieder mit den beschworenen Kreaturen kämpfen. Itumak, geh mal noch ein Stück weiter weg, damit die dich nicht gleich sehen. So. Arik in den Fernkampf. Und dann einmal schießen. Und dann kannst du hoffentlich noch zurücklaufen. Da an dem Lagerfeuer steht, die Bande. Attacke. Schieß ihm einen Pfeil in den Arsch. Was habe ich denn da? Dein Kopf wird rollen. Aha. Na mal schauen, was hier rollt. Arik rollt erstmal zurück. Oh, sind das wieder viele. Dann mal die Rüstung. Und ich hätte gerne eine Feuerwand. Genau. Da. Die Rüstung sitzt. Die Rüstung sitzt. Jawohl. Für wie lange? 37 Sekunden. Das ist nicht schlecht. Dann hätte ich gerne nochmal was. Andacht für die Gläubigen. Genauigkeit und Macht. Ja, da warte ich, bis die anderen da sind, oder? Obwohl. Die kommen ja alle gleich. Und Durant wird ein paar Sekunden brauchen, bis er soweit ist. Also mach mal das. Und ich warte auf die Gegner. Arik. Auf geht's. Auf in den Kampf. Könnt ihr von da aus hier rüber blitzen? Das wäre aber gemein. Nee, könnt ihr nicht, oder? Du ranzst noch völlig un... Verletzt. Vernichtender Schlag. Kritischer Treffer. Boah. Heftig. Arik, wieso läufst du gerade? Das würde ich gerne mal wissen. Hör mal auf. Du stehst direkt vor dem Gegner. Du musst da nicht laufen. Du ranzst. Äh, du ranzst. Äh, ich hätte Edea lieber da hinten und... Naja, abwarten. Sagani schießen. Paligina, hau hier mit drauf. Und die Edea hat gerade nichts zu tun. So. Mein lieber Arloth. Mach mal ein Miasma. Ach, das trifft wieder Arik. So trifft es Arik nicht. Es ist ausgeschlossen, dass das jetzt Arik trifft. Duranz, was ist mit der Andacht für die Gläubigen? Kommt die? Machst du das gerade? Duranz, ich sehe dich nicht. Du machst gerade irgendwas, vor dem ich nicht weiß, was es ist. Ich hoffe, du machst die Andacht. Arik tritt. Und Edea... Solange da keiner steht, dann gehst du mit in den Fernkampf und schießt. Ja, und Itumak wird gesehen, was mir aber im Moment egal ist. Oh, da gibt's viel gute Treffer von Arik. Mach das bitte weiter. Attacke. Itumak, wehre dich. Die Andacht für die Gläubigen ist da. Ich hätte gerne einmal Zweifel gesät. Und zwar genau... Wobei, das ist ja nur gegen Feinde, genau. Da kann ich ja das mitten drauf ballern. Aloz Miasma kommt noch nicht, also ist unterwegs. Arik tritt. Sagani schießt. Mehr kann ich gerade nicht machen. Wumm! Der erste ist platt. Ach, Edeas überwältigende Welle wirkt gerade. Ah, die rettet mir gerade wieder den Hintern. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Arik, stopp. Du trittst bitte. Wo bist du überhaupt? Lass das mal jemanden ranlaufen. Den da zum Beispiel. Attacke. Was ist mit dem... Mit dem Miasma? Ah, Lot. Ah, Lot. Miasma. Drei Treffer. Der hat... Der hat... Wo ist der dritte, der es hat? Du? Hm, keine Ahnung. Vielleicht der, der gerade gestorben ist. Es werden Zweifel gesät. Das ist gut. Dann hätte ich euch gerne erblindet. Und zwar so, dass nicht meine Helden davon betroffen werden. Also so. Und Arik, du trittst ja richtig. Ach, da musst du laufen. Hm. Ja, Arik ist am Laufen. Ja, lässt sie nicht verhindern. Ich hoffe, da springt keiner in die Ecke jetzt hier oder in diese Lücke. Benommen sind sie. Okay, also Durantz hat Zweifel gesät. Dann. Was habt ihr denn jetzt an Wille? 66, 86, 72. Scheinendes Leuchtfeuer. 105. Jetzt hier bitte drauf brennen. Schnell. Verdunkelte Sicht kommt noch. Arik, du darfst nicht weiter nach vorne laufen, oder? Moment mal, das scheinende Leuchtfeuer. Das wirkt auch nur auf Feinde. Gut. Dann kann, na ne, kann Arik nicht, weil die verdunkelte Sicht noch kommt. Arik, du bleibst hinten. Lass die Gegner kommen. Ja. Kommt jetzt endlich mal das scheinende Leuchtfeuer. Du Rantz, machst du irgendwas? Verdunkelte Sicht ist gekommen. Scheinendes Leuchtfeuer kommt nicht. Ich habe es nicht gesehen und es ist auch nicht hier im Lock drin. Oder ich bin blind. Durantz, was machst du gerade? Ach, du bist noch dabei. Irgendwie. Stopp. Ich setze es nochmal neu. Hier, auf alle. So. Arloth. Arcana Angriff auf alle. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Arik, jetzt bitte treten. Auf den da. Palegina wehrt sich nach Kräften. Ich weiß allerdings nicht, wie verletzt Palegina ist. Sagani schießen. Itumak. Lebst ja noch. Beiß mal den da. Oh ja, die stehen so günstig für Ariks im Griff der Qual. Schnell nochmal. Der Berserker ist gleich platt. Mach einen guten Schuss, Sagani. Und Arloth. Arcana Angriff. Jawohl. Gleich nochmal. Wenn die so schön stehen. Attacke. Wumm. Berserker weg. Sehr gut. Und die haben ein scheinendes Leuchtfeuer draufgekriegt. Das läuft ziemlich gut für die Menge an Gegnern. Wobei die da hinten sind leicht verletzt. Nicht so früh freuen. Ishimak, es wäre schlau, wenn du nicht dich in die Flammenwand stellen würdest. Arig, du musst weitertreten. Ich weiß doch leider nicht auf wen. Warte erstmal ab. Die kommen schon. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ne, komm dann. Geh nach vorn. Es bringt nichts. So, Durant. Einmal den heiligen Glanz noch hinterher. Arloth, wir brauchen jetzt da vorne. Irgendwas, was Schaden macht. Aber was? Verwirrung? Oder nochmal ein Miasma? Mach nochmal ein Miasma. Kann nicht schaden. Arig bleibt beim Treten. Der ist gleich weg. Zagani. Guter Schuss. Attacke. War das einer? Ja. Itumak. Hier. Hinlaufen. Arig. Oh, der ist fast weg. Hier angreifen. Zagani da schießen. Durant. Hm. Deren Wille ist gerade richtig unten. Größtenteils. Dann mach doch mal das da. Ne, das geht gegen Tapferkeit. Das ist schlecht. Das da, göttliches Mal. Aber es geht nur auf ein einzelnes Ziel. Mach das mal auf... Ah, er musste laufen. Geht nicht schlecht. Scheinende Leuchtfeuer hast du ja schon. Wie wär's denn mit so einer Säule des Heiligen Feuers? Aber das geht gegen Reflexe. 103. 50. 70. Ah, du kannst gerade nicht so gut was machen, oder? Mir fällt gerade nicht so wirklich viel ein, was du machen kannst. Du kannst noch ein scheinendes Leuchtfeuer setzen, aber... Oder so ein Siegel vielleicht. Moment mal. Wo hab ich's denn? Da. Das geht aber auch gegen Reflexe. 78. Wer hat denn weniger? Der da. Okay, dann mach so ein... Ein, 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 ein Siegel. Auf diesen seltener Berserker. Der hat nur 50 Reflexe. Und Arloth. Ach, was gäbe ich dafür, jetzt noch so ein paar... Arcane Angriffe zu haben. Dann mach mal... Da auf den, deinen abprallenden Fluggeschosser. Und der da hinten muss weg. Sagani, nimm den guten Schuss. Okay. Schwer verletzt, schwer verletzt, schwer verletzt. Was hat die Siegelfalle gebracht? Siegelfalle, Siegelfalle, Siegelfalle. Ich seh's nicht. Abwehrsiegel. Ach, das kommt vielleicht erst noch. Sagani, du schießt auf den, auf den Aarek tritt. Attacke. Eder schießt hier. Arloth macht gerade noch. Wumm. Gut. Wie sieht's eigentlich da aus? Ach so, Itumak. Attacke. Die Siegelfalle macht auch kräftigen Schaden, das ist schön. Der ist dem Tode nahe. Sagani, schießen. Palegina, Flammen der Hingabe. Eder schießt auf den. Arloth macht hier den da, zack. Und der ist auch gleich weg. Treten. Ja, weg, okay. Alle auf den. Und alle auf den. Wumm. Also, so gut habe ich gegen so eine große Gruppe noch nicht gekämpft. Langsam kriege ich Übung gegen diese Gegner. Aber es ist total nervig. Die sind immer noch wirklich heftig. Heftig stark. Was finde ich da? Ich finde... Oh. Eine außergewöhnliche Mordachs. Einen guten Kampfstab. Zwei gute Zweihänder. Einen außergewöhnlichen Säbel. Drei gute Schwerter. Ein Zauberbuch der Elemente. Einen außergewöhnlichen mittleren Schild. Zwei gute große Schilde. Eine außergewöhnliche Brigandine. Eine außergewöhnliche Kettenrüstung. Einen guten Plattenpanzer. Eine gute Kettenrüstung. Nein, zwei. Zwei gute Brustharnische. Einen Flügelhelm. Einen Helm mit kleinen Hörnern. Eine Kutte. Einen Nasalhelm. Einen Umhang. Nein, zwei. Einen Trank der großen Ausdauer. Dahin. Einen Trank der flinken Füße. Einmal dahin. Einmal dahin. Einen schwachen Trank der Regeneration. Ach, da irgendwo hin. Und etliches an Gold. Also wenn ich die ganzen Rüstungen hier verkaufe. Das gibt richtig Asche. Bin jetzt schon bei 91.000. Fast 92.000. Palegina plündere mal da unten. Außergewöhnliche Arke Buße. Außergewöhnlicher Gambison. Und ein bisschen Gold. Sehr schön. Jetzt müsste da unten ja eigentlich der Weg frei sein. Karte. Und ich hätte trotzdem immer noch gerne mal ein paar Rastvorräte gefunden. Arik, schau dich um. Irgendwo wird hier gekämpft. Ganz nah. Da, was bist du denn für einer? Ein seltener Veteran. Ach, du kämpfst gegen eine Trainingspuppe, okay? Bist du alleine? Nee. Noch einer. Seltener Soldat. Seid ihr nur zu zweit? Na, kann schon sein. Ich sehe gerade nur zwei. Von der Sorte. Dann würde ich mal sagen, die gehen im Überraschungsangriff. Aber erst noch mal schauen. Nicht, dass hier noch tausend andere Trainingspuppen sind. Die ich gerade nicht sehe. Das wäre nicht schön. Ich bin der Meinung, dass da nur zwei Leute trainieren. Da ist noch einer. Okay, es sind drei. Der eine schießt. Ja, okay. Zwei Hacken auf Puppen. Einer schießt. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Wo kämpfe ich? Dann kann ich mich eigentlich mal hier aufstellen. An dieser Kante. Wobei das rollenspielerisch eigentlich gefährlich ist. Weil da muss ja nur irgendeiner irgendwas zaubern, das geschubst wird. Und dann fallen die runter. Aber meine Helden sind sturmfest und erdverwachsen. Echte Niedersachsen. Geh mal da hin. Hallo, da hin. Und Sagani da hin. Itumak bleibt erstmal irgendwo. Eder stellt sich schützend vor Sagani. Ne, schützend vor Durantz. Palygina stellt sich schützend vor Sagani. Arik, du hast keine Fallen mehr. Was ist die nächst billige Falle, die weg kann? 125. 100? Ich glaube 100, oder? Ja, weg mit dem Plunder. Stell die mal da. Und geh in den Fernkampf. Ich hoffe, das geht. Schieß mal. Arik, was wird denn das? Du wirst doch wohl schießen können. Du hast einen Bogen in der Hand. Da musst du doch nicht hinlaufen. Menschenskinder. Menschenskinder. Nahkampf und zurück. Schnell. Natürlich wird keiner in die Falle tapsen. Einmal die Rüstung. Dann löse ich die Formation auf. Attacke. Haut hier die Leute um. Wahnsinn. Sagani. Mal. Palygina, wo rennst du eigentlich hin? Ach, du bist gerade umgeschmissen. Wer ist eigentlich nicht umgeschmissen? Edea. Klasse. Auweia. Steht auf. Heiliger Glanz. Edea. Machst du eigentlich mal irgendwas? Nee, oder? Arik steht wieder. Attacke auf den. Der haut nämlich auch Duranz. Das kann ich gar nicht haben. Arloth geht mal weg. Und jetzt. Arcana Angriff. Sagani hast du dein Mal gesetzt. Jawohl. Dann die guten Schüsse. Arik tritt. Nach wie vor. Edea. Hau ihn um. Palygina macht mal Flammen der Hingabe auf den da. Okay, er liegt. Immerhin. Attacke. Sagani noch ein guter Schuss. Arloth noch der da. Duranz macht mal den Heilkreis. Danke. Er ist schwer verletzt. Den da. Und. Den da. Er ist dem Tode nahe, Leute. Das werdet ihr doch wohl schaffen. Der heilt sich. Och, Leute. Ihr macht einfach nicht genug Schaden. Okay. Okay, 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 okay. Hier. Drauf. Explosion der Sommerflamme. Duranz neue Kraft. Hau ihn um. Der dreht sich auch schon wieder um. Ich werde Duranz verlieren. Das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Boah, ist das ätzend schon wieder. Armer, du Ranz. Mach nochmal eine Rüstung. Solange du noch stehst. Ich mache keinen Schaden. Edea verfehlt. Arloth verfehlt. Oh. Alle verfehlen. Palygina verfehlt. Tja, eigentlich müsste ich hier die Andacht für die Gläubigen machen. Probier's mal. Palygina Hand auflegen. So, jetzt trefft ihr bitte wieder ein bisschen. Ja, danke. Garstig. Nur zwei und dann das. Arloth. Attacke. Duranz. Heilkreis. Gleich bist du weg. Mach die abrallenden Fluggeschosse auch nochmal. Okay. Und Attacke. Edea kommt nicht ran. Fernkampf. Attacke. Bumm. Ja, ich habe die ewig nicht getroffen, die Gegner. Die Andacht kam viel zu spät. Hätte ich früher machen müssen. Vier gute Schwerter. Wie können eigentlich zwei Gegner vier gute Schwerter haben? Hm. Zwei gute große Schilde. Einen guten Brustharnisch. Einen Helm mit kleinen Hörnern. Einen Nasalhelm. Und einen großen Ausdaubertrank. Und ich brauche ganz dringend Rastvorräte. Aber ich finde keine. Hier ist noch dieser eine. Der ist alleine. Attacke. Und weg. Weg, weg, weg. Weg. Weg, weg, weg. Na komm. Und alle auf ihn. Der geht gut. Tschüss. Söldner-Sänger singt reif und Frost folgten auf Kartesschritte. Ne, ich erfolge gar nichts auf Kartesschritte. Ich finde einen guten Kriegsbogen, eine außergewöhnliche Lederrüstung, eine Straßenräuberkutte, zwei Tränke der Eisenhaut. Und ein bisschen Silber. Also die Söldner sind echt gut ausgerüstet. Aber trotzdem hat es ja in diesem Video ganz gut geklappt. Meine Kampftaktik gegen diese starken Söldner wird langsam besser. Und ob sie sich noch weiter verbessert, das seht ihr dann im nächsten Teil. Bis dahin. Bis dahin.